Weder noch Man nutzt weder noch für eine negative Aufzählung. Weder kann auf Position 1 oder Position 3 stehen. Weder gehe ich ins Museum noch in die Kunstgalerie. Ich gehe weder ins Museum noch in die Kunstgalerie. Du hast weder Brot noch Milch mitgebracht. Er hat weder geholfen noch ist er lange geblieben. Weder gab es Wurst noch Käse zum Abendbrot. Weder sie noch ich konnten ihm helfen. Ich möchte weder Russisch noch Ungarisch lernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017